Willkommen zu Wisst ihr noch mit Jenga Xtreme! Willkommen bei Jenga Xtreme! Ich bin Chirly und ich bin Dima und auf jedem Ding steht eine Bestrafung drauf. Stabil, Digga. Handschellen für die nächsten zwei Züge? Oh ne, nicht schon wieder! Wieso machst du es gleich so kompliziert? Was ist für dich ein No-Go beim ersten Date? Einfach weil, wenn du dumm bist. No-Go-Dummheit! Kritisch! Ha! Dickmann ins Gesicht! Du hast keinen Bock das zu essen? Wieso? Magst du keine Dickmanns? Echt jetzt? Der sieht's! Der Gegner! Der Gegner macht eine Insta-Story! Oh! Yo, Digga! Ich bin in Handschellen und er kriegt mit der Hand Schellen! Endlich frei! Was ist deine komischste Angewohnheit? Meine komischste Angewohnheit ist, dass ich meine Toasts in meine kleine Vierecke schneide und dann mit der Gabel esse. Ich sag ja komisch! Okay, true! Was heißt Blume? Dankeschön! Wie ein Specht! Präzision! Wenn du bis an deinem Lebensende nur eine Speise essen könntest, welche wäre es? Nudeln mit Tomatensauce! Bromato Gang! Direkt! Niemals! Niemals! Direkt! Nur Nudeln mit Tomatensauce! Schmacko Fatz! So! Nutella mit oder ohne Butter? Ganz klar! Ich weiß! Ganz klar! Ohne viel reden! Mit Butter! Was?! Mit Butter! Safe mit Butter! Ohne! Kommentiert! Nutella ohne Butter! Also es ist viel cremiger! Weißt du, wenn man sich schon gönnt... Weißt du, Nutella ist schon so! Erstmal so! Aber dann... Es ist einfach viel cremiger! Wirklich! Die Specht-Taktik! Haha! Ein Kleidungsstück ausziehen! Schuhe! Uuuuh! Ganz kritische Nummer! Über was könntest du dich stundenlang aufregen? Überschere dich! Hahaha! Okay, das ist richtig kritisch! Wir sind aber auch schon echt gut! Wir sind halt wirklich gut! In Zitrone beißen! In Zitrone beißen! Boah! 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 Das ist ganz schön viel! Du hast aber auch so einen richtigen Biss genommen! Boah! Ich hab's irgendwie... Ich hab's bisher... Ich fühl's bisher! Boah! Boah! Du verlierst! Du verlierst! Du verlierst! Die mal verliert! Die mal verliert! Oh! Okay! Ganz unten! Toll! Maggi-Shot! Aber machst du auf korrekt? Ja! Mach auf korrekt! Mach bitte auf korrekt! Ich mach auf korrekt! Reicht doch jetzt langsam! Es sind doch schon längst zwei CL! Oh, sorry! Boah, ist das eklig! Alter, ist das eklig! Spächtaktik! Ein Kompliment! Du bist ne coole Bromato-Mann! Und... Und... Ich weiß nicht... Ja... Ich bin voll schlecht im Komplimente machen, Leute! Aber... I appreciate her! Ja! Aber... Ich weiß nicht... Oh oh! Woah! Oh oh oh! Warte! Stell dich mal ein bisschen nach da! Okay! Ich hab nicht gedacht, dass du durchziehst, Mann! Ich wollte noch so einen kurzen Moment chillen! Ah! Überraschungs-Moment! Deswegen hast du auch kein Kompliment verdient! Das war Jenga Xtreme mit Houto, Shirley und Dima! Ich hab verloren, aber Dima hat die schlechteren Witze gebracht! Leute, das war Jenga Xtreme zusammen mit Houto, Shirley und Dima! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen! Abonniert und checkt die letzten Videos ab! Checkt ab! Auf! Auf!